Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und herzlich willkommen an alle Nicht-Muslime. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meine lieben Geschwister im Islam, herzlich willkommen an alle Nicht-Muslime. Das Thema von heute ist die Paradies-Jungfrauen. Auf Arabisch Hurul'in. Und wie bin ich eigentlich darauf gekommen, über dieses Thema zu sprechen? Vor einiger Zeit bin ich kontaktiert worden von einem Bruder und er hat mich darüber informiert, dass es eine Schwester gibt, die eigentlich eine sehr gute Muslima ist, aber die durch diese Geschichte mit den Paradies-Jungfrauen für die Männer extreme Shubuhat bekommen hat, extreme West-Western bekommen hat, Einflüsterung bekommen hat. Und es war so, dass ich dann auch die Schwester kontaktiert habe und sie mir dann ihre Position geschildert hat. Und ehrlich gesagt, ganz am Anfang habe ich gedacht, also war ich sehr verzweifelt, ehrlich gesagt, gewesen, weil ich alle möglichen Argumente gebracht habe, um sie zu überzeugen, aber bei ihr diese Zweifel oder diese Einflüsterung so tief in ihr Herz reingegangen sind, sie hat sich so in dieses Thema hineingesteigert, das ist schon wirklich, also sowas habe ich in den 20 Jahren, wo ich Muslim bin, eigentlich nur, ich kann mich nicht erinnern, so etwas schon mal erlebt zu haben und vor allen Dingen so ein Thema, wo ich gedacht habe, das eigentlich habe ich in zwei Minuten abgehandelt. Deswegen wollte ich heute darüber reden, mir geht es eigentlich bei diesem Vortrag weniger darum, die Hurr al-Ain zu beschreiben, also diese Paradies-Jungfrauen zu beschreiben, wie sehen die aus, wie sehen die genau, was machen, sondern mir geht es vielmehr darum, für uns ein Verständnis zu bekommen, vom Jenseits überhaupt. Und auch geht es mir darum, den Frauen zu erklären, oder nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern zu erklären, warum ist dies eine spezifische Sache, ein spezifischer Lohn für die Männer. Und was wird für die Frauen stattdessen erwähnt, oder wird etwas für die Frauen erwähnt? Ja, ist das ungerecht von Allah, subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah, wir wissen, Allah ist recht, wa la yadlimu rabbuka ahada, und dein Herr ist niemandem gegenüber ungerecht. Ja, was gibt es denn dann für die Frauen stattdessen, wie ist das denn genau? Und ich lese erstmal so einige Sachen vor, einige Fragen, die die Schwester mir auch gestellt hat, damit ihr seht, was also hier in dem Kopf auch vorgegangen ist halt, ja. Also erste Frage war, sind die Hurul'in richtige Ehefrauen oder eher Konkubinen? Sind die Hurul'in richtige Ehefrauen oder eher Konkubinen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, werden die Männer die Hurul'in lieben? Das heißt, ist das einfach nur, um mit denen Spaß zu haben, oder haben die richtige Liebe zu denen? Die dritte Frage, wer hat eine innere Beziehung zum Mann, die Hurul'in oder die Ehefrauen? Die vierte Frage, gibt es Beweise dafür, die darauf hindeuten, dass die Beziehung zur Ehefrau inniger, besonderer bleibt und sie für ihn außergewöhnlich ist? Oder wird sie eine von vielen sein, die alle gleich schliebt, als würde es für ihn keinen Unterschied machen? Die fünfte Frage, ich habe mal gehört, Ibn Ukrayim hätte erwähnt, dass der Mann die Hurul'in vergisst, immer wenn er die Ehefrau sieht, ja. Sechstens, ich habe mal gehört, die würden nur in Zelten leben. Stimmt das? Die Hurul'in, diese Paradiesfrauen sind nur in Zelten. Siebte Frage, können die Frauen die Hurul'in sehen oder voneinander wissen? Dann nächstes. Worum es geht, ist halt, du lebst vielleicht dein ganzes Leben mit deinem Ehemann. Wenn es so viele Hurul'in gibt, also Paradiesfrauen, habe ich Einflüsterung, dass man ersetzt wird und für den Mann eine beiläufige Frau. Das heißt, die Angst, die sie hat, ist, ja, auf der Erde bin ich eine Frau und dann bin ich, was, bin ich dann später eine beiläufige Frau. Dann nächste Aussage von dir, niemand will Liebe teilen. Es ist so, als wenn man dir deinen Mann nimmt und gibt ihm 100 Paradiesfrauen. Nächstens, es wirkt so, als wenn der Mann etwas kriegt, was ihn glücklich macht und die Frau verliert etwas und wird mit dem, was sie verliert, glücklich gemacht. Also der Mann gewinnt etwas und wird glücklich gemacht und die Frau verliert etwas und wird glücklich gemacht. Guck mal, das sind alle Sachen, die ich gerade von der Schwester geschrieben habe, wie die Schwester fühlt. Und ehrlich gesagt sind diese Aussagen oder diese Gedankensweisen sind eigentlich sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Und ich war etwas verzweifelt gewesen, ehrlich gesagt, weil ich davor auch schon meiner Meinung nach sehr, sehr gute Argumente gebracht habe, aber nicht wirklich weitergekommen bin. Und dann habe ich, als ich dann das Gespräch nochmal begonnen habe, habe ich sie erstmal gefragt, wie sie überhaupt zum Islam gekommen ist. Und da habe ich gemerkt, dass sie wirklich jemand ist, die den Islam liebt. Und dass sie jemand ist, eine Person ist, die dafür viele Opfer auf sich genommen hat. Deswegen möge Allah, subhanahu wa ta'ala, die Schwester schützen. Möge Allah sie von diesen Weswes befreien. Amin. Und das hat mir als Prediger wieder gezeigt, man muss immer vorsichtig sein, wie schnell man jemanden abstempelt. Weil wenn jemand so etwas sagt, sagt man schnell, raus aus der Religion. Aber wenn man manchmal etwas näher hinter einer Sache hinterfragt, dann merkt man, da steckt viel mehr dahinter, als man gedacht hat. Was merkt ihr an all diesen Fragen? Was merkt ihr an all diesen Fragen? Es geht immer darum, erste Frage, ist das vielleicht nur eine Ehefrau oder ist das eine Konkubinin? Sie hofft eine Konkubinin. Damit sie da drüber ist. Zweitens, werden die Männer die lieben, ja, wenn sie die nicht liebt, sondern es ist einfach nur so eine Puppe sozusagen zum Spielen, das ist nicht so schlimm, ja. Wer hat eine innere Beziehung? Die Ehefrauen oder die Hurl'in? Viertens, gibt es Beweise dafür, dass die Ehefrau eine innere Beziehung hat? Das heißt, sie wünscht sich unbedingt, dass sie eine bessere Beziehung hat als die Hurl'in. Ja. Ich habe mal gehört, dass Ibn Kayim gesagt hat, der vergisst die, ist das wahr? Das heißt, sie steigert sich so sehr in die Sache rein, erst mal, wie viele Frauen gibt es, die mit ihrem Mann verheiratet sind und sich dann scheiden lassen und ihren Mann dann vergessen und froh sind, dass der weg ist. Und die haben den letzte Woche noch geliebt, wie sie keinen geliebt haben. Ja, sie haben den Mann sowas von geliebt und dann ist man geschieden und die haben keinen Bock mehr auf den Mann. Man muss einfach als Schwester verstehen, du lebst nicht für deinen Mann. Und im Paradies gibt es ganz viel, viel bessere Sachen als deinen Mann. Das Beste, was es im Paradies überhaupt gibt, ist, dass du Allah sehen kannst. Das ist das Beste im Paradies. Und das Beste vom Umstand des Paradieses ist, dass du vor der Hölle gerettet wirst. Das wollte ich erst mal als Vorwort hierzu gesagt haben. Du lebst nicht für deinen Mann. Es ist ja fast so, als wenn alles sich um den Mann dreht, bei dir. Es dreht sich im Paradies alles um deinen Mann, sondern bei dir dreht sich alles um deinen Mann. Stell dir mal vor, du wirst geboren. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in einer Vorschöpfung erschaffen. In einer Vorschöpfung erschaffen. Ja? Er hat uns hervorgebracht. Als dein Herr aus dem Rücken von Adams seine Nachfahren hervorgebracht hat. Und hat sie bezeugen lassen. Allah subi rabbikum. Können wir uns daran erinnern? So live erinnern? Können wir uns gar nicht daran erinnern? Theoretisch, rein theoretisch, könntest du auch im Paradies sein und weißt gar nicht mehr, was draußen gewesen ist mit deinem Mann oder dieses oder jenes. Deswegen möchte ich bei dieser Fragestellung wirklich ganz, ganz weit ausholen. Ja? Und wie schon gesagt, mir geht es nicht um eine detaillierte Beschreibung von Hul'in, sondern warum wird dieser Lohn spezifisch für Männer versprochen? Was kriegen die Frauen? Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich erstmal eine ganz wichtige Grundlage verdeutlichen. Denn wenn wir die verstanden haben, werden sich solche West-Western, solche Einflüsterungen nicht einschleichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Glaube an diese Paradiesjungfrauen, Hul'in oder im Deutschen schreiben wir manchmal Huris, ja? Zu welcher Säule des Imams gehört er? Wir haben sechs Säulen des Imams. Der Glaube an Allah, der Glaube an die Engel, der Glaube an die Bücher, der Glaube an die Propheten, der Glaube an den jüngsten Tag und der Glaube an den Kadar. Zu welcher Säule dieser sechs Säulen gehört der Glaube an die Paradiesjungfrauen? Zum Glauben an den jüngsten Tag. Zum Glauben an den jüngsten Tag. Und es gibt eigentlich zwei Säulen, dieser sechs Säulen des Imams, wo hauptsächlich die Meinungsverschiedenheiten unter den Muslimen aufgetreten sind. Welche Säulen sind das? Das ist die erste Säule, der Glaube an Allah und hier insbesondere und hier insbesondere seine Eigenschaften und der Glaube an Kadar, die vorherbestimmt, die sechste Säule. Warum? Warum sind hier die Meinungsverschiedenheiten am meisten aufgetreten unter den Muslimen? Warum gab es Gruppen wie Mu'tazila, Asha'ira und so weiter und so fort. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala über unsere Vorstellungskraft ist und seine Eigenschaften über unsere Vorstellungskraft sind und die Muslime unterschiedliche Herangehensweisen gefunden haben, wie sie mit diesen Meinungsverschiedenheiten umgehen. Beim Kadar, womit hat der Kadar die Vorherbestimmung zu tun? Wieder mit den Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er immer alles wusste, dass er das schreiben lassen hat, was passieren wird, dass er das erschaffen hat, dass er das gewollt hat. Das ist der Kadar, damit hat der Kadar zu tun. Hier gab es die Kadarie, die Jibrie und so weiter in verschiedenen Gruppen. Das heißt, immer die Sachen, die sehr, sehr stark mit Reb, mit dem Verborgenen zu tun hatten, was über unsere Vorstellungskraft ist, haben die Meinungsverschiedenheiten angefangen. Unter den Muslimen. Aber wo hatten die Nicht-Muslime und haben die Nicht-Muslime oft das größte Problem? Womit? Sehr häufig im Koran findet man das. sehr, sehr häufig. Entweder, dass man Allah alleine anbetet. Meistens sind die Probleme nicht, dass es einen Schöpfer gibt, sondern dass man Allah alleine anbetet. Das war zum Beispiel das Problem der Koraysch gewesen. Sie haben an Allah geglaubt. Die Götzen, die in Mekka haben an Allah geglaubt, aber so wie einen übergeordneten Gott, wo man andere Götter auch anbeten konnte. Dann gab es Probleme mit, dass ein Mensch entsandt wurde als Prophet. Damit hatten sie ihre Probleme. Und so haben wir heute in den meisten Fällen, wenn wir nicht Muslim reden, müssen wir sie davon überzeugen, dass Mohammed ein Prophet ist und mit einem wahren Buch gekommen ist. Und ein ganz, ganz starkes Problem, was die Leute haben, ist der Glaube an das Jenseits. An vielen Stellen im Koran findest du das. Er sagt, wer macht die Knochen lebendig, nachdem sie morscht geworden sind? Es wird sie derjenige wieder erwecken, wieder erschaffen, der sie beim ersten Mal erschaffen hat und er hat über seine Schöpfung vollständiges Wissen. Das heißt, das war ein Problem für sie gewesen. An vielen Stellen im Koran findet man das. Was sagen sie? Die sagen, das ist in Suche 45 bis 26 und sie sagen, es gibt nur das dieszeitige Leben. Wir leben und wir sterben und uns zerstört nur die Zeit. Und sie haben davon kein Wissen, sie vermuten nur. Und ich habe das selber schon sehr sehr häufig festgestellt in der Dauer mit Nicht-Muslimen, dass es ihnen schwer fällt daran zu glauben, dass Gott einen erwecken wird. Dass Gott einen erwecken wird. Sehr sehr häufig fällt einem das schwer. Und hier muss man eine Sache festhalten. Warum erwähne ich das? Zu den gewaltigsten Eigenschaften des Gläubigen gehört was? Dass er an das Verborgene glaubt. Allah sagt im Koran Elif Lam An diesem Buch gibt es keinen Zweifel. Eine Rechtsleitung für die Gottesfürchtung. Dann kommt die Eigenschaft, die erste Eigenschaft, die Allah nennt. Die, die an das Verborgene glauben. Die, die an das Verborgene glauben. Das ist die Eigenschaft der Gläubigen. Die gewaltigste Eigenschaft der Gläubigen. Das ist unsere Probe, die zusammenhängt mit was? Der Glaube an den Gesandten. Der Glaube an die Bücher. Denn wenn wir glauben, dass Mohammed ein Gesandter ist, dann glauben wir das, womit er gekommen ist. Und so war es mit Abu Bakr gewesen. Bei Israel und Miraj. Es war für sie unvorstellbar. Wie kann der Prophet Nachtreise und Himmelreise machen? Es wurde Abu Bakr berichtet. Die haben gedacht, die Kuffar haben gedacht, die Koraysh in Mekka, die haben gedacht, jetzt haben wir den. Der hat eine Geschichte erzählt. Das glaubt ihm kein Mensch. Und was hat Abu Bakr gesagt? Die haben ihm davon berichtet. Hier, dein Gefährte, der hat gesagt, so und so, der war in einer Nacht in Jerusalem, du bist von Jerusalem in den Himmel. Haben die Schluss darüber gemacht. Was hat Abu Bakr gesagt? Im Kana Kaalaha faqad Saddaq. Wenn er das gesagt hat, diese Geschichte, dann hat er die Wahrheit gesagt. Und so, liebe Geschwister, müssen wir umgehen mit allen Sachen, die mit dem Jenseits zu tun haben, mit dem Glaube an Yomel-Akhir. Der Glaube an den jüngsten Tag. Womit hat der Glaube an den jüngsten Tag oder an den letzten Tag zu tun? Insbesondere mit allem, was nach dem Tod geschieht. Das heißt, es fängt schon mit dem Tod an. Was passiert nach dem Tod? Und hier zähle ich euch mal einige Sachen auf, weil dann können wir, warum erzähle ich das alles auf, warum hole ich es so weit aus, bis wir zu Hurl'in kommen? Weil wir dieses Konzept verstehen müssen. Wir müssen die Hurl'in im Gesamtkonzept, diese Paradies-Jungfrauen, im Gesamtkonzept vom Glauben an den jüngsten Tag verstehen. Okay. Erste Sache ist, der Prophet berichtet uns, dass wir im Grab befragt werden. Es kommen zwei Engel und fragen dich im Grab. Men Rabbuk, wer ist dein Herr? Wir glauben das. Können wir das nachvollziehen? Wie willst du den Grab an? Wir wollen zwei Engel zu dir ins Grab kommen. Aber das wusste der Prophet auch, dass es unvorstellbar ist. Da kommt doch Erde und darüber ist alles zu. Wie kommen denn die zwei Engel? Was verstehen wir darunter? Das Jenseits ist eine komplett andere Welt. Eine komplett andere Welt. Und ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich will nicht sagen, das ist genau so, aber ich will euch das als Beispiel geben. Heute gibt es viele Leute, die Computerspiele machen. Du bist zum Beispiel Fortnite am Spielen. Das ist ein bekanntes Spiel. Dieser Typ da von Fortnite hat keine Seele. Der ist da in dem Fernseher drin. Stell dir mal vor, der hätte man wäre in der Lage, eine Seele zu geben. Der hätte eine Seele. Der könnte überhaupt nicht vorstellen, was sich außerhalb von diesem Bildschirm abspielt. Da hat er keinen Einfluss drauf. Allah ist unendlich größer als der Unterschied von uns zu den Figuren in Fortnite. Deswegen ist er auch in der Lage, eine Seele zu schaffen, was wir nicht können. Wir können dieser Figur in Fortnite keine Seele geben. So, aber das ist das Beispiel, was ich mitgeben will, um das zu verdeutlichen, wie groß der Unterschied ist vom Diesseits zum Jenseits. Zweite Sache, dann wird im Grab ein Tor zum Paradies oder ein Tor zur Hölle aufgemacht. Wie passiert das denn? Wir glauben daran, weil uns berichtet wurde. Aber wie das geht, Allahu das können wir nicht nachvollziehen. Wir können keine Kamera ins Grab tun und können das dann aufnehmen. Und das wusste der Prophet a.s. a.s. Das ist ja offensichtlich. Dann werden wir am jüngsten Tag auferweckt und die Sonne kommt eine Meile heran, dass es so heiß ist, dass wir anfangen zu schwitzen. Aber jeder weiß, normalerweise würdest du verbrennen, aber Allah will nicht, dass du verbrennst. Die Naturgesetze sind auf einmal völlig anders. Und die Leute stehen im Schweiß. Manche stehen im Schweiß bis zum Knöchel, manche bis zum Knie, manche ist hier und neben dir steht einer, der hat weniger Schweiß. Normalerweise würdest du dir sagen, aber der Schweiß, wenn da so viel Wasser ist, was rauskommt, du hast doch vom Körper gar nicht so viel Wasser, wie will denn dann der Schweiß, dann müsste der den anderen, der neben dir steht, doch auch bedecken. Ja, aber wir sind in einer anderen Welt. Das ist eine Welt, die über unserer Vorstellungskraft ist. So, nächste Sache ist, dann werden die Taten gewogen. Die Taten werden, wie werden denn die Taten gewogen? Subhanallah, wie wird das denn gewogen? Hat das ein Gewicht? Allah kann ein Gewicht daraus machen. Versteht ihr, was ich meine? Weil du kannst ja die Tat nicht wiegen. Die Tat hat ja kein Gewicht in dem Sinne, ist ja kein Körper. Mein Gebet ist ja kein Körper. Ich mache mein Gebet mit deinem Körper. Aber das Gebet ist ja kein Körper. Die Hatsch ist ja kein Körper. Der Tawaf ist ja kein Körper, den ich wiegen kann. Aber Allah wird es auf irgendeine Art und Weise wiegen. Dann gibt es eine Brücke. Und diese Brücke, Sirat, ist dünner als sein Haar und schärfer als sein Schwert. Das heißt, wie gehen wir denn da drüber? Wie kann man denn über diese Brücke gehen? Und manche gehen darüber schnell wie der Wind. Und manche krabbeln darüber, über diese Brücke, über die Hölle. Du sagst dir, wie soll das denn gehen? Der Prophet Allais Salat wusste auch, als er das berichtet hat, dass kein Mensch über eine Brücke gehen kann. Diesseits. Die dünner ist als sein Haar und schärfer als sein Schwert. Wie denn? Aber das ist Jenseits. Und wie gehen wir jetzt damit um? Das, was uns vom Jenseits berichtet wird, akzeptieren wir so, wie es gekommen ist. Ohne Koran und Sunna zu überschreiten. Zum Beispiel. Die Waage. Die Waage ist die Waage aus Holz, Messing, Kupfer. Aus welcher Waage? Manche Leute stellen so Fragen. Gestern hat einer die Frage gestellt, wie ist die Luft im Paradies? Keine Ahnung, kenne keinen Hadith darüber. Wenn du fragen würdest, gibt es ein Hadith über die Luft im Paradies, könnte ich dir vielleicht was sagen. Willst du die Luft Zusammensetzung haben? Das heißt, Allah gibt uns bestimmte Informationen. Warum gibt er uns diese Informationen vom Paradies und von der Hölle und vom jüngsten Tag? Erstens, unser Glaube wird damit getestet. Unser Glaube an den jüngsten Tag, der verbunden ist mit was? Mit dem Glauben an den Gesandten, a.s.w. In keiner kohle, hafakat sadaq. Wenn er das gesagt hat, hat er die Wahrheit gesagt. Okay? Das heißt, unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Nummer zwei, um uns zu motivieren. Wenn du zum Beispiel weißt, durch deine guten Taten kommst du über diese Brücke, dann machst du gute Taten. Wenn du weißt, durch bestimmte Taten wirst du einen Schutz haben am jüngsten Tag, einen Schatten haben am jüngsten Tag, vor dieser Sonne, die so nah herunterkommt, machst du gute Taten. Weiter im Text. Dann die Hölle. Nur kurz eine Information. Sonne und Mond werden in die Hölle hineingeworfen werden. Sonne und Mond. Überleg mal, was das für Ausmaße sind. Das sind Sachen, das sind Dimensionen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dann, das Feuer der Hölle ist schwarz. 70 Mal heißer als das Heißeste auf der Erde. Überleg mal. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt sagst du dir, wie kann ein Mensch da drin bleiben? Tausende Jahre. Normalerweise, wenn das so heiß ist, in einer Sekunde ist der Rauch, Asche kaputt. Aber es ist eine andere Welt. Und was sagen wir? Das wird uns berichtet, wir glauben dran. Nächste sagt er. Der Tod kommt in Form eines Schlachttiers und wird geschlachtet. Wie wird denn der Tod geschlachtet? Allah sagt, der Prophet sagt es, wir glauben dran. Aber was zeigt uns das wieder? Das zeigt uns, wie klein wir sind und wie groß Allah ist. Allah sagt, der der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten verrichtet. Das heißt, der Tod ist etwas Erschaffenes. Der Tod ist nicht nur ein Nicht-Dasein, der Tod ist etwas Erschaffenes. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann gibt es Stufen im Paradies und von einer zur anderen Stufe ist es so weit entfernt, als wenn man sich die Sterne anguckt. Ein Stern ist 4,25 Lichtjahre entfernt. Der nächste Stern ist 4,25 Lichtjahre entfernt. Wisst ihr, was das heißt, Lichtjahre? Das Licht durchschreitet innerhalb von einer Sekunde eine Distanz von circa etwas weniger als 300.000 Kilometern. Das heißt, das Licht, was in einer Sekunde 300.000 Kilometer durchschreitet, braucht bis zum nächsten Stern wie lange? 4,25 Jahre. Du kannst dir vorstellen, was das für Dimensionen sind. Das ist nur ein Stern. Und wie viele Stufen gibt es im Paradies? Es wird berichtet in einem Hadith, dass derjenige Koran auswendig kann, den Koran vorträgt und mit jedem Vers eine Stufe aufsteigt. Überleg dir das mal. Das sind Dimensionen. Das sind Dimensionen. Da wirst du, wenn du darüber nachdenkst, wirst du verrückt. Das sind Dimensionen, über die du vorgibst. Und deswegen ist es auch falsch, für eine Schwester auf Hul'in eifersüchtig zu sein. Weil es eine ganz andere Dimension dort gibt. Du bist in einer komplett anderen Welt. Das, was Allah dir als Information gibt, gibt dir die als Information, als Probe und oder als Motivation. Dann, wie groß ist der Mensch dort? 60 Ellen groß. Dann, wie scheidet er seine Nahrung aus? Es gibt die beste Nahrung dort. Und übrigens, Ibn Abbas sagte darüber, Im Jannah gibt es nichts, was es im Diesseits gibt, das Diesseits ähnelt, außer in den Namen. Es ist also alles viel reiner, viel besser, viel vollkommener. Belohnung für uns. Möge Allah uns ins Paradies führen. So, das ist die Belohnung, die Allah für dich gegeben hat. Hast du gedacht, dann macht er dich traurig mit Hurl und Ain, auf die du eifersüchtig sein musst? Weil du mit deinem Mann frohe Liebe Joromi und Julia haben willst? Das sind ganz andere Sachen als deinen Mann. Du hast doch die Ewigkeit. Aber da kommen wir nachher noch zu, Inshallah. Das, was du isst, scheidest du aus wie Mist, wie Parfüm aus deinem Körper kommt. Kann man sich das vorstellen? Nee. Dann, es gibt dort einen Baum, in dessen Schatten müsste der Reiter 100 Jahre reiten, um den zu durchqueren, im Schatten des Baumes. 100 Jahre. Überleg mal, in 100 Jahren, wenn ein Reiter reitet, das ist ein Baum, ein Schatten von einem Baum im Paradies. Wie viele Bäume gibt es da? Das sind Dimensionen, die sind unvorstellbar. 100 Jahre. Warum sagt der Prophet uns das? Aleyhis Sarat und damit wir sehen, was das für eine Welt ist. Und noch, damit wir sehen, wie mächtig Allah ist. Wie klein wir sind. Wie dankbar wir sein müssen. Alhamdulillah, dass Allah uns zu Muslimen gemacht hat. 100 Jahre im Schatten. Ich hätte das mal gerne ausgeschrieben. wo kommt der da an? Ich meine, die haben für 500 Kilometer von Mekka nach Medina haben die, wenn die schnell gewesen sind, mit einem Reittier drei Tage gebraucht. Das sind 500 Kilometer. Der ist 100 Jahre am Reiten. Wie oft hat er die Erde umquert dann? Bei einem Baum. Weiter. Dann. Dann hat der Gläubige dort ein Zelt, ein Zelt aus hohlen Perlen, ein Zelt aus hohlen Perlen, 60 Meilen. Überleg mal, was das für ein Zelt ist. Das kannst du ja gar nicht aus hohlen Perlen. Wie funktioniert das? Das zeigt, dass es für uns eine Welt ist, die völlig unvorstellbar ist. Völlig unvorstellbar. Das wird überrichtet. Man sieht seine Ehefrau dort und schaut sich die 40 Jahre nur auch vor Bewunderung an, weil sie so schön ist. Subhanallah. Überleg mal. 40 Jahre. Du bist so perplex. Es wird gesagt, die Frauen vom Paradies schauen hinunter. Wenn die hinunterschauen würden, würden die ihren Schleier lüften, würden die alles erhellen, was zwischen Himmel und Erde ist. Überleg mal. Das sind Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen. Das ist eine komplett andere Welt. Hast du jetzt gedacht, Allah, der die Möglichkeit hat, solche Bäume zu erschaffen? Der die Möglichkeit hat, solche Sachen zu schaffen? Den Menschen so zu erschaffen? Der wirklich im Paradies, was er für die Gläubigen vorbereitet hat? Vorbereit für die Gottesfürchtung. Wird er dich traurig machen? Eifersüchtig machen? Wegen Hohlu'in? Da kommen wir nachher noch drauf. Inschade. Wie gesagt, das ist nur eine kurze Zusammenfassung. Ich habe nur einige Kostproben vom Paradies jetzt gegeben. Da könnte ich jetzt die ganze Zeit aufzählen, was da alles gibt. Das, was wir jetzt gesehen haben, das war physisch. Und jetzt fragen wir, was ist mit der emotionalen Seite? Wir haben jetzt gesehen, wir sind physisch anders beschaffen. Sowohl, möge Allah uns für die Hölle bewahren, die, die in die Hölle gehen, als auch die, die ins Paradies gehen. Physisch anders beschaffen. Was ist jetzt mit der emotionalen Seite? Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und zwar in Suche 15 Hijjur sagt er im Vers 45 bis 47 Ich lese euch das auf Deutsch vor, okay? Die Gottesfürchtigen aber, Männer und Frauen werden in Gärten und an Quellen sein. Überlegt mal, wie oft die Menschen so viel Geld ausgeben, um schöne Reisen zu machen, in schöne Natur und so weiter. Oh je, was es dort gibt, Allahu Akbar. Die Quellen des Paradieses. Gärten des Paradieses. Wenn die hier schon so krass sind, kannst du dir vorstellen, wie die da aussehen, wenn da ein Baum ist und im Schatten 100 Jahre, 100 Jahre Reiter. Guck mal, die Leute, die sehen so einen Amazonas- Regenwaldbaum, so ein Riesenteil. Das ist ja wirklich, das ist nur eine Kostprobe für uns. Du siehst die Gebirge hier, ich war jetzt in Österreich gewesen, Vorarlberg. Oh, war das schön. Guck dir das an, denkst du, wenn du dort bist, möge Allah uns das Paradies finden. Das ist ja unglaublich. Betretet sie in Frieden und Sicherheit. Jetzt ganz wichtig. Und dann, wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist, als Brüder liegen rührend einander gegenüber. Das heißt, der ganze Groll aus deinem Herzen wird herausgebracht. In einem Hadith sagt der Prophet a.s. In einem Hadith sagt der Prophet a.s. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Ihre Herzen sind wie die Herzen von einem Mann. Das heißt, die, die ins Paradies gehen, sind wie ein Herz. Du redest von der Liebe zu deinem Mann. Ich kann nur das berichten. Deswegen habe ich eben gesagt, ich kann nicht sagen, ja, die Waage ist aus Stein oder die Waage ist aus Holz oder die Brücke ist aus diesem Material oder jenem Material und der Schweiß wird der stinken an dem Tag oder nicht oder wonach riecht denn der? Kann ich nicht sagen. Ich kann nur das sagen, was berichtet wird. Aber, wenn der sagt, die haben alle wie ein Herz, was heißt das? Da lieben sich sowieso alle. Du hast ja so keine Sorgen um deinen Mann zu erwachen, den du hier vielleicht heiraten willst und wo du gar nicht weißt, wie lange du mit dem zusammenbleibst. Ist nicht böse gemeint an die Schwester. Aber ich rede so, ja, damit wir diesen, diesen Irrsinn verstehen, den diese Schwester, die intelligent ist, die Gedanken, den vielleicht auch andere, der West-West, der Schaitan kommt immer mit solchen Methoden, ja, was der Schaitan dir einflüstern will. Wer ist dein Mann im Paradies? Hast nichts anderes zu tun? Was meinst du, was da alles gibt? Allah weiß besser, wie er dich glücklich macht, als wie du weißt, wie du dich glücklich machst. Mach dir da keine Sorgen drum. Man sollte sich nur Sorgen darum machen, wie man ins Paradies kommt. Nicht Sorgen machen, ob man im Paradies glücklich wird. Es gibt wirklich nichts auf der Welt. Es gibt, hört mir zu, liebe Geschwister, es gibt auf der Welt nichts, wovor man sich weniger Sorgen machen muss. Es gibt nichts, wovor man sich weniger Sorgen machen muss, als dass man im Paradies glücklich wird. So, deswegen diese Gefühle, Angst, Eifersucht, Neid, Wut, Trauer, das sind alles Gefühle, Allah, das Paradies vorbereitet zur Glückseligkeit. Warum gibt es im Diesseits, wir haben schon gesagt, physisch sind wir anders beschaffen. Wir müssen auch davon ausgehen, dass wir emotional anders beschaffen sind anhand dieses Verses, Sorge 15 Vers 47 und anhand dieses Hadithes. Und warum haben wir solche Emotionen wie Angst? Warum haben wir solche Emotionen wie Wut? Warum haben wir Emotionen wie Eifersucht? Warum? Warum ist das so? Weil wir diese Emotionen brauchen. Wird sich jetzt doof an, hat der Prophet nicht gesagt, Le Tardab? Ja, der Prophet hat gesagt, Le Tardab zu einer bestimmten Person, aber der Prophet war selber manchmal wütend gewesen. Warum wird man wütend? Was ist der Nutzen der Wut, der Aggression? Die Selbstverteidigung. Kennst du, hast du mal gesehen, wenn der Hund wütend wird und fletscht die Zähne, kriegst du Angst. Und so kriegt man auch oft Angst vor Menschen, die Wut zeigen. Das ist also ein Schutzmechanismus für bestimmte Situationen. Wenn du siehst, jemand, der sehr sanftmütig ist wie der Prophet, ist auf einmal wütend in einer Rede, was verstehst du darunter? Das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Angelegenheit. Okay? Dann, beispielsweise, Neid. Al-Ghazali unterscheidet den Neid in drei Kategorien. Das eine ist, der Neid, eine Art des Neides, die Mahmud ist, die lobenswert ist. Du siehst bei jemandem etwas, der hat was Gutes, der hat zum Beispiel ein schönes Geschäft aufgebaut und du willst das auch haben, aber du willst nicht, dass die Gnade, die er hat, dass das Geschäft zum Beispiel kaputt geht, zerstört wird, ja, sondern du bist froh für ihn. Erzähl das als eine Form von Neid. Im deutschen Sprachwort würde man das vielleicht nicht als Neid benutzen. Dann gibt es die Form, du siehst bei jemandem, der hat zum Beispiel ein schönes Geschäft aufgebaut, du möchtest, dass er das Geschäft verliert und dass du das bekommst. Und die andere Form ist, du möchtest nur, dass er das Geschäft verliert, ob du es bekommst, ist dir egal. Welche Form ist schlimmer? Der Neid, dass du wünschst, dass du es bekommst und er verliert ist oder der Neid, dass du nur wünschst, dass er es verliert? Al-Ghazali sagt, der Neid, dass du nur wünschst, dass er es verliert, ist schlimmer als der Neid, dass du wünschst, er verliert ist und du bekommst es. Warum? Weil was ist der Nutzen vom Neid? Im Grunde überleben, du willst stärker werden. Hier ist es einfach nur Missgunst, einfach nur absolute Missgunst, ohne dass du irgendeinen Vorteil für dein eigenes Leben haben willst. Eifersucht. Warum gibt es Eifersucht? Weil man seine Beziehung schützen will. Warum gibt es Liebe? Warum gibt es die bestimmte Liebe unter den Partnern? Damit die Familienbande geschützt wird. Brauchen wir diesen Schutz im Paradies? Im Paradies ist alles Genuss. Warum essen wir im Diesseits auch? Ja okay, es schmeckt lecker, aber wir brauchen das Essen. Dort essen wir nicht, weil wir Hunger haben oder weil wir Durst haben, egal ob das Paradies ist, sondern nur aus Genuss. Es ist also eine andere Welt. Das ist das, was wir verstehen müssen. Es ist eine komplett andere Welt. Jetzt kommen wir zu diesem Hörlein. Okay? Und ich zähle mal die Verse auf im Koran. Wie gesagt, ich will nicht auf alle, ich habe bei Tadkira von Kurtobi geschaut, es gibt viele schwache Hadithe, und deswegen gibt es auch viele unterschiedliche Meinungen dazu, etc., etc. Ich wollte noch eine Sache erwähnen. Was ist das Erste, was wir essen, wenn wir ins Paradies kommen? Und die erste Sache, die Appetit sozusagen für den Appetit zu wecken ist. Fischleber. Man denkt sich, Fischleber ist nicht unbedingt das, was man jetzt denken würde, boah, das ist aber mein Lieblings, also ich habe noch nie Fischleber gegessen, aber ich, ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das schmecken würde, hier. Aber wenn Allah das dort, guck mal, der Prophet, da ist wieder ein Zeichen für uns. Das Erste, was du kriegst, ist Fischleber, wo du normalerweise sagen würdest, Fischleber. Aber wenn du weißt, Allah hat dir die Fischleber im Paradies gegeben, dann weißt du, das ist etwas, was genüsslich ist für dich. Lesen wir mal kurz vor. Und verkünde denen, die Glauben und Rechtschaft der Werke tun, die frohe Botschaft, dass ihnen Gärten zuteil werden durch eilt von Bächen. Jedes Mal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt wurden. Doch es ist ihnen eine ihrähnliche gegeben worden. Und darin, also im Paradiesgarten, haben sie vollkommen gereinigte Gattinnen und ewig werden sie darin bleiben. Wir haben also Gattinnen, reine Gattinnen. Und was heißt das, wenn die Menschen dort, hier kommt nicht so genau klar raus, ist damit Hurlain gemeint oder sind damit die Frauen gemeint. Die Frauen der Dunja, Al Insaniyat mit gemeint. Ja. Aber was heißt das, hier wird der Mann angesprochen, aber was ist denn der Umkehrschluss? Für die Frauen auch. Die wird zufrieden sein. Und guck mal, hier möchte ich eine Sache betonen. Guck mal. Diese geschlechtlichen Beziehungen. Was hätte Allah machen können? Er hätte eigentlich das Paradies aber schaffen können und wir sind nur seelisch. Er hätte das Paradies erschaffen können und wir sind ohne Geschlechtsorgane. Machen können. Wir sind ja auch 60 Ellen groß dort. Er hätte das Paradies aber schaffen können und wir sind alle eine Seele. oder nur Körper oder oder wir haben alle Flügel dort. Jafen Abi Talib hat Flügel dort. Ihm wurden die Arme abgeschlagen bei der Schlacht von Moata und der Prophet Al-Israel hat zwei Flügel dafür im Paradies. Allah hätte uns auf alle möglichen Art und Weise erschaffen können. Aber was ist etwas, was dem Menschen besonders gut gefällt? Ist es nicht so die geschlechtlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau? Ich meine dafür gibt es Leute die da Geld für ausgeben. Es gibt Frauen die besonders gut dabei aussehen wollen und sich deswegen operieren lassen. Einen Busen vergrößern lassen. Die schönsten Klamotten kaufen. Es ist doch etwas was in der Regel beiden Geschlechtern gefällt. Allah hätte doch sagen können im Paradies gibt es das nicht. Aber er hat uns das weiter erhalten als Motivation und natürlich als Freude. Er hätte uns auch auf eine andere Art und Weise Freude bereiten können, wenn er will. Aber er hat uns das als Motivation und Freude angesagt, dass ein Mann dort die hundertfache Kraft hat. Alhamdulillah. Und nochmal, wir müssen mit dem, was Allah uns gegeben hat, zufrieden sein. Das, was Allah uns gegeben hat, damit müssen wir zufrieden sein. Und du brauchst dir auch keine Sorgen zu machen, dass du nicht zufrieden bist. Willst du sagen, ja Allah, warum hast du mir im Paradies nur das und das gegeben? Was hat er dort für dich vorbereitet? Und hier möchte ich eine Sache betonen. Das ist etwas, was der Prophet alaihi salatu salatu salam gesagt hat. Niemand tritt in das Paradiesgarten ein durch seine Taten, sondern nur durch die Barmherzigkeit von Allah. Da haben die Sahaba gesagt, auch du, oh Gesandtage Allah, da hat er gesagt, auch ich. Was ist damit gemeint? Die Taten sind nicht der Preis für den Paradiesgarten. Den Preis kannst du nicht bezahlen. Die Taten sind ein Grund, dass Allah dir seine Barmherzigkeit gibt, aber nicht der Preis. Den Preis für das Paradiesgarten kannst du nicht bezahlen. Nächster Vers. Suche 37, Vers 40 bis 49. Für diese wird es eine festgesetzte Versorgung geben. Früchte und sie werden geehrt in den Gärten der Wonne und liegend, ruhend einander gegenüber, wobei ihnen ein Becher voll Quellwasser herumgereicht wird. Weiß, köstlich für diejenigen, die daraus trinken. Daran streckt nichts Beeinträchtigendes und dadurch werden sie nicht benommen. Manche fragen, ja warum ist der Alkohol hier verboten, aber warum ist Alkohol im Paradies erlaubt? Ganz einfach. Weil die schädlichen Folgen des Alkohols im Paradies nicht vorhanden sind. Sondern es ist dort nur ein leckeres Getränk. Hier gibt es schädliche Folgen des Alkohols, die sind aber im Paradies nicht da. So. Und bei ihnen sind solche weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, mit schönen, großen Augen. schön großen Augen, die ihre Blicke zurückhalten. Was ist das? Eine Motivation für den Mann. Mehr Taten zu machen. Und das sind die Männer, die nachher rausgegangen sind, um den Islam zu verbreiten. Und die wussten, wenn sie dabei umkommen auf diesem Weg, haben sie einen besonderen Lohn dieser Art. Und dadurch ist der Islam bei uns angekommen, dass dieser Lohn versprochen wurde. Das ist also eine Motivation und eine Probe. Und Wallah, vor allem auch eine Probe für die Frau. Weiter. Nächster Vers. Suratur. Das ist die 52, Vers 17 bis 21. Die Gottesfürchtigen werden aber in Gärten und Wonne sein. Sie lassen sich wohl sein an dem, was ihnen ihr Herr gibt. Und ihr Herr bewahrt sie vor der Strafe des Höllenbrandes. Übrigens, was man sehr häufig erlebt, wenn man den Koran liest, man liest die Verse über den Paradiesgarten, dass immer das Gegenüber gestellt wird im Kontext, danach oder davor mit der Hölle. Das heißt, entweder Paradies oder Hölle. Subhanallah. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, du würdest nur vor der Hölle in Anführungszeichen nur vor der Hölle gerettet werden. Stell dir mal vor, der Lohn für den ganzen Gottesdienst wäre, dass du von der Hölle gerettet wirst und du würdest ein Paradies kriegen, so wie hier in Dunja. Das würde sich schon voll lohnen. Selbst wenn du krank wirst oder was weiß ich, Corona bekommst. Gegen die Hölle? Es ist unvorstellbar. Ja. Hier. Esst und trinkt als wohlbekommenst für das, was ihr zu tun pflegt, indem ihr euch voreinandergereihten Laien liegen liegt. Wir geben ihnen als Gattin Huris, so besetzen das, also Paradiesjungfrauen, mit schönen, großen Augen. Und denen, die glauben und denen ihre Nachkommenschaft im Glauben nachfolgt, lassen wir ihre Nachkommenschaft sich ihnen anschließen. Und wir verringern ihnen gar nichts von ihren Werken. Jedermann ist an das, was er erworben hat, gebunden. Guck mal, das heißt, er verbindet die Familie miteinander. So. Was ist darunter zu verstehen? Es ist hier nicht explizit genannt. Nur für die Schwester hier, wenn Allah das hier nennt, dann ist es doch klar, dass es einen besonderen Verbund gibt zwischen der Familie mit dem Mann, mit dem man verheiratet war, wenn man den im Paradies trifft. Und das ist noch nur und aller nur. So. Weiter im Text. Surah 45, Vers 56. Darin sind weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, die vor ihnen weder Mensch noch Jinn berührt hat. Wieder ein Vers dazu. Das sind also die Dinge, die hier genannt werden. Dann Surah 55, das Soto Rahman. Ja, Vers 70. Darin sind gute, schöne, weibliche Wesen, welche der Wohltaten unseres Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Huris, die in ihren Zelten zurückgezogen leben. Das ist praktisch das, was für die Frau eben, wie sie sagt, stimmt das, dass die nur in Zelten bleiben. Allahu Alem. Es gibt auch Hadithe, die Schwäche haben, dass die dort spazieren geht, etc. etc. Allahu Alem. Aber davon wirst du sowieso nichts spüren, da wirst du sowieso kein Problem mit haben. Und die Sache ist, immer wenn dem Mann etwas versprochen wird, heißt das, weil dir etwas nicht versprochen wird, dass du weniger belohnt wirst? Guck mal. Was haben wir jetzt genannt? Wir haben einige Sachen aus dem Paradies genannt. Das meiste, was es dort gibt, haben wir gar nicht genannt. Können wir gar nicht nennen. Das ist viel zu viel. Ist das nur eine Kostprobe? Hast du gedacht, Allah, okay, wir haben jetzt eine Frau, die hat eine höhere Stufe als seinen Mann. Sie kriegt aber einen Mann geheiratet. Sie heiratet ihren Mann, mit dem sie hier verheiratet war. Er kommt ins Paradies, sie kommt ins Paradies, dann heiratet sie ihren Mann. Sie hat nie geheiratet, dann wird Allah sie irgendeinen Mann aus dem Paradies heiraten lassen, mit dem sie zufrieden ist. Hast du gedacht, Allah, subhanahu wa ta'ala, kann dich nicht auf irgendeine Art, irgendwann mal du bist auf derselben Stufe, denselben Lohn geben? Habt ihr das verstanden? Nur weil der Mann jetzt auch noch die Hurl'in bekommt oder mehrere Frauen, heißt das ja nicht, dass sein Lohn im Allgemeinen größer ist. Zum Beispiel, du gehst arbeiten bei einer Firma, der Mann bekommt mehr Weihnachtsgeld als Beispiel. Heißt das aber, dass er am Ende mehr Geld hat? Nein, weil du hast vielleicht woanders etwas bekommen, was er nicht bekommen hat. Verstanden? Allah erzählt uns nicht jedes Detail, er erzählt uns das, was wir brauchen als Probe und Motivation. jetzt die Frage, warum hat Allah ausgerechnet diese Sache für die Männer erwähnt? Warum? Was könnte die Antwort sein? Allah was ist die Weisheit die Weisheit dahinter könnte sein, ich habe hier eine Studie, eine Studie, wie oft, die ist von gentlemanblog.de, ja, wie oft denken Männer und Frauen an, wenn einige sagen, Sex. Hier siehst du, bei der Frau ist es etwas unter 10 und bei dem Mann über 18. Das heißt, der Mann hat nach wissenschaftlichen, empirischen Studien mehr Gedanken an diese Sache und wird deswegen auch mit einer bestimmten Sache, die er sich wünscht, was ermutigt, gute Taten zu machen. Natürlich, die Feministen unter den Muslimen werden sich da natürlich aufregen. Wie kannst du sowas sagen? Willst du die Männer jetzt beleidigen? Eine Studie. Und außerdem, hat Allah uns beleidigt, weil er den Männern das versprochen hat und den Frauen nicht? Allah weiß schon, was die Männer wollen. So, dann gibt es hier eine, hier, Studie, die habe ich hier auch rausgesucht, aber vom Frühstücksfernchen Sat.1, da haben sie auch die Studie. Männer denken im Durchschnitt, alle 28 Minuten an Sex, während Frauen alle 52 Minuten von Sex träumen. Das heißt, bei Männern ist es viel mehr und glaub mir, diese Studie haben sie extra gemacht, um zu beweisen, dass das Klischee, dass Männer mehr daran denken, nicht stimmt. Das heißt, du musst nochmal nach oben aufrunden, glaub es mir. Also, dann hier gibt es eine Studie von psychologie.uzh.ch. Hier gibt es Männer bis zu 388 Mal am Tag an sexuelle Beziehungen denken und Frauen, bei denen liegt der Maximalwert bei 140. Bei 140, das heißt also, es ist ein riesengroßer Unterschied. Leute, ich sehe da kein Problem dran für die Kinder, weil die kriegen heute schon leider im Kindergarten LGBT beigebracht. Von daher, wenn wir es hier auf eine sachliche Art und Weise rüberbringen, mit einer soziologischen Studie, was dort alles erzählt wird, da brauchen wir, naja, okay. Es wird praktisch immer wieder wiederholt. Es wird praktisch immer wieder wiederholt, ja, das, was ich gesagt habe. Da kommen jetzt noch zwei andere Stellen, einmal in Sura 78, also es ist Nebbe Vers 33 und einmal das Hotel Walker Versuche 56 Vers 22 und 23. Ja, so. Jetzt müssen wir uns erstmal die Frage stellen. Ist das Hurl-Ain oder Heirat für uns das Wichtigste im Paradies? Nein, es ist nicht das Wichtigste. Das Schönste ist, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Und für mich persönlich, ehrlich gesagt, was mich am meisten motiviert ist, von der Hölle wegzukommen. Ich sage euch meine, meine, meine persönliche Meinung dazu. Okay? Dann, das habe ich eben schon gesagt, ich wiederhole es nochmal, was wäre, wenn uns ganz ohne Geschlechter erschaffen hätte? Dann wäre das halt so, dann wären wir zufrieden damit. Aber das ist sozusagen nochmal ein Sahnehäubchen. Sei doch froh darüber. Sei doch froh über den Genuss, den du dort, möge Allah, dich dorthin führen, erleben wirst. Also es geht jetzt nicht nur an diese Schwester, sondern allgemein. So. Was wäre, wenn wir ohne Körper erschaffen worden wären? Könnte auch sein. Allah kann nicht ohne Körper erschaffen, nur Seele. Was wäre, wenn er alle Seelen vereint? Und deswegen nochmal die Frage. Es geht darum, glücklich zu werden. Wenn der Lohn anders ist, heißt nicht, dass der Lohn höher ist. Wenn der Lohn des Mannes anders ist als der Lohn der Frau, heißt es nicht, dass der Lohn höher ist. Anders ist nicht höher. Früher hätte man zum Beispiel den Lohn materiell ausgezahlt, mit Kartoffeln, Bohnen etc. Heißt aber nicht, dass der Lohn höher ist, weil der Lohn anders ist. Vielleicht wirst du mit deinem Mann das so genießen, wird nicht erwähnt. Und warum wird das nicht erwähnt? Das sagen auch einige Gelehrte dazu, weil die Frauen in der Regel schamhafter sind als die Männer. Die Frauen sind in der Regel schamhafter als die Männer. Wer weiß, was du dort mit deinem Mann erleben wirst. Vielleicht erlebst du dort das 100 Mal so intensiv, oder tausend Mal so intensiv wie im Diesseits und tausend Mal so oft und würdest vielleicht im Diesseits von den Glücksgefühlen einen Herzinfarkt bekommen. Aber kannst das dort ertragen. Vielleicht ist das so ein unglaubliches Gefühl, was du dort hast, dass es nur Freude ist. So. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Und eigentlich könnte ich mit diesem Satz alles beenden. Und sobald so ein Wes Wes zu einer Frau kommt, braucht sie sich nur das anzuhören. Allah sagt, inni haramtu dhulma ala nefsi wa ja'altu baynakum muharrama falatadhalamu. Ich habe die Ungerechtigkeit mir selber verboten und unter euch verboten gemacht, so seid nicht ungerecht. Und er sagt, Dein Herr ist niemandem ungerecht. Mache die guten Taten und für jeden Gläubigen, der die guten Taten macht, der wird seinen Lohn bei seinem Herrn bekommen. Egal ob Mann oder Frau. Wer gut ist, sei er Mann oder Frau und ist dabei gläubig, dem wehrmein gutes Leben geben. Dann, diesen Vers hier, Subhanallah, finde ich sowas von stark. Tretet in ihn ein. Hört, guck mal jetzt, guck mal jetzt. Guck mal. Tretet in ihn ein. Ihr und eure Frauen in das Paradiesgarten, ja, wird Freude bereitet für euch. Tretet in ihn ein, ihr und eure Frauen. Das ist also etwas Besonderes für die Frau. Und im Nukaym und im Uthaymin sagen übrigens, ja, dass die Frau einen höheren Status hat, weil sie dem Mann als die Hurl-Ain. Warum? Weil sie auch andere Taten gemacht hat. Nur zur Beruhigung der Frau. Obwohl, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das Problem ist aber auch, der West, das kommt ja bei der Frau trotzdem. Versteht ihr? Egal ob wir sagen, ja, die ist aber besser und die ist nicht besser. Dann kommt aber trotzdem der Schaitan wieder und sagt, ja, aber trotzdem hätte ich ihn ja lieber alleine. Hallo! Du bist in einer anderen Welt. Aber hört ihr diesen Vers an. Tretet in ihn ein, geht in den Paradiesgarten, an euch und euren Gattinnen wird Freude bereitet. So jetzt. Euch und euren Gattinnen wird Freude bereitet. Guck mal, jetzt geht es weiter. Es wird mit Schüsseln aus Gold und Trinkschalen herumgereicht. Da denkt sich vielleicht noch jemand, ja, Schüsseln aus Gold und Trinkschalen, vielleicht denkt sich der eine oder andere, ja, okay, ich weiß es von Allah, aber wäre jetzt nicht so im Dies als das, was mich jetzt so motivieren würde. Trinkschalen aus Gold und so, okay. Ich weiß, Allah, das wird wunderbar sein, das wird schön sein, aber jetzt im Dies als ist das vielleicht nicht unbedingt das, was den richtig motivieren würde. Wenn die Hurlain vielleicht schon oder die Ehefrau, die ihr sie 40 Jahre anguckt, die wäre vielleicht schon mehr. Was sagt Allah danach? Guck mal. Allah sagt zuerst, ja, er sagt, tritt in den Paradiesgarten ein, ihr und euren Gattinnen wird Freude bereitet. dann wird das genannt, ja, dass Trinkschalen herumgereicht werden, aus Gold und dann sagt er was? Dann sagt er, Und dort gibt es, was die Seele begehrt und was köstlich für das Auge ist. Das heißt, das, was die Seele begehrt, gibt es dort. Egal, was du willst, gibt es dort. Und nicht nur das. Und dann geht es weiter. Und ihr werdet dort ewig bleiben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das heißt, wenn du den Vers gehört hast, musst du keine Sorgen zu machen. Tretet in einen Frieden. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Dort gibt es für sie, was sie wollen und bei uns gibt es noch mehr. Ende der Diskussion. Weiter. Okay, Diskussion wieder aufgenommen. Der Prophet sagt, dass Allah sagt in einem heiligen Hadith, Ich habe für meine Rechtschaft und Diener vorbeid, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Guck mal, das ist wie das Paradies beschrieben wird. Das findest du in keinem Buch. Findest du so viele Versen, so viele Details, weil dies die Wahrheit von Allah ist. Christen und Juden sind verwirrt. Sie wissen so gut wie nichts über das Paradies. Wie viel Tore hat das Paradies, wie viel dieses, wie viel jenes, was gibt es dort, ist man da nur selig, was gibt es zu essen, was gibt es zu trinken, was gibt es für Bäume, was gibt es für Häuser, was gibt es für Zelte. Das sind Gnadengaben für uns und es ist eine Probe für uns. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Das ist das, was wir brauchen. Wie gesagt, ich habe hier diese Studien aufgezählt auch und ich denke, das müsste eigentlich reichen. Ich hoffe, dass ich das rüberbringen konnte. Und dieser eine West-West-Punkt ist ja, ich bin ja dann glücklich, habe das Gefühl, weil der Mann etwas bekommen hat, um glücklich zu sein und mir ist etwas genommen worden und ich bin trotzdem glücklich damit. Erstmal, merke dir diese ganzen Sachen, Allah weiß, wie er dich glücklich macht. Und dort wird es Sachen geben, von denen du vielleicht bisher noch nicht mal geträumt hast. Das ist das, was der Prophet in dem Hadith gesagt hat. Dass es dort Sachen gibt, die noch nicht mal im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar waren. Und wir sind was? Ala kalbi rajulin wahid. Wa naza'na ma fi kulubi minil ghil. Und haben aus dem Herzen ihren Groll rausgenommen. Das Beste ist, du wirst Allah subhanahu wa ta'ala sehen. Möge Allah dich. Möge Allah uns alle ins Paradies führen von dem Höllenfeuerbe waren. Akulu kauliha'da wa astafi wa laliyya lakum wa lisa muslimin. Subhanahu wa bihamdik ashadu wa la ilah iland. Stafi rogatou belik. Möge Allah Untertitelung des ZDF, 2020